Ja, herzlich willkommen hier zu The Flushy. Ich bin euer Flushy und präsentiere euch heute wieder eine Kanalvorstellung und zwar von MyTradisLames. Ich hoffe, ich habe das so jetzt richtig ausgesprochen. Auch hoffen, dass wir das jetzt auch richtig schreiben. Oh, jetzt habe ich da einen Plus in der gesetzt. Das wollte ich natürlich nicht. MyTradisLame. Ja, sogar richtig eingegeben. So, dann hopp, hopp, mal ein bisschen schneller hier. Oh, nein, das Video wollte ich natürlich nicht anklicken. Meine Let's Play To-Do-Liste. Ah, ich denke mal, da sagt er selber was. Ja, sein Design ganz schlicht blau und hier in der Mitte hellblau ganz schlicht gehalten. Oder ist er noch am 0? So wie es aussieht, nicht. So, Let's Play Half-Life Blue Shift im Deutsch Let's Play Terran Nigma Let's Play Sailor Moon Sness Let's Play Skyrim Let's Play Sailor Moon Da muss ich mal kurz ein bisschen Ey, Sailor Moon Air nur Dann Let's Show Let's Show Leech of Legend und Let's Play Tales Adventure Ja Wovon ich ein Spiel kenne Nein, zwei Half-Life und Skyrim Wovon diesem Leech of Legend habe ich schon viel gehört immer aber nicht so schlimm Ja, wir haben hier aus den Uploads sehe ich meine Let's Play To-Do-Liste Was das jetzt genau sein soll, weiß ich nicht Wenn ihr das gerne wissen wollt guckt einfach rein guckt es euch an und dann wisst ihr es Gut Ich sehe es 22 Jahre alt Heißt Name steht hier Maitrey Aber Ja, jeder kann ja seinen Namen hinschreiben wie er es gerne ähm Für richtig hält Maitrey Ja, seit 2007 ist er hier Er hat 20 Abonnenten Wenig ernsthafte Let's Plays mit Spielen aus der Schublade Projekte Skyrim Let's Play Together Diablo 2 bei Lord of Destructions mit Ja, da hat er jetzt den Link hingeschrieben Von daher kann ich euch das jetzt so nicht sagen Denn That's based in Arbeit Wenn, falls ich irgendwann einen besseren PC als mein als meinen Holz Laptop als mein Holz Laptop hat geht's los Aber es steht fest Okay Let's fail Sailor Moon Äh Erstens für Super Nintendo kurz 100% fertig Über mich Unsinn und Sprüche klopfen gratis Warum ich mich Warum habe ich einen Paris Parisischen Namen Kein Plan hat mich mal vor Jahren geritten als ich diesen Kanal geöffnet hatte Nein Nein, ich kann kein oder nur wenig Parisisch Heimatstadt ist Siems hört sich nicht Deutsch an Schulbildung Abriss Tour Abriss Tour Ja Er ist Student und kommt aus Deutschland oder wohnt momentan in Deutschland Gut Andere wirklich sehenswerte Kanäle hat er Let's play hier Ach du heiliger Hut Let's play Leech of Legend Moment Was Verwirrung Und X Gazzudin Dann hat er hier ganz normal seine Kanal-Kommentare Wie bei jedem auch Und Ähm Hat er hier seine Abonnenten 20 Seine Freunde 56 Und Abos 73 Ja Dann hat er hier unten noch seine letzten Aktivitäten Ähm Da hat er vor 28 Minuten Let's play Spell Force T.O.D. Kommentiert Das sieht immer so affig aus Wenn die NPC Mit den Waffen rumfuchteln Auch nicht schlecht So hier stehe ich gerade Matrix Lames hat ein neues Video hochgeladen Da steht so Ich habe jetzt gesagt Alles was ich so in nächster Zeit spielen werde Plus zwei weitere Titel Die gewünscht werden Und YouTube sucht sich Auch das dämlich Warte Dämlichste Bild von mir aus Hier kommt die Liste der Game Gear Spiele Die ich besitze Hab nicht alle im Kopf Wird noch Vervollständig Echo The Delfin Echo Tides of Time Batman Returns Columns Super Columns The Otyphans Mickey Mouse Land of Illusion Tales Adventure Sonic The Hedog Otyphans Olympia Games Will ich mir mal reinziehen Und gucken Und Joa Na gut Das war es dann von mir Und Matri des Lames Auf Wiedersehen